Musik So Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir haben heute den Tipp bekommen, dass in so einer kleinen Stadt sich ein altes Hotel befindet. Leider direkt an der Straße. Es ist also sehr heikel dort reinzukommen, wird sehr schwierig. Ja, in diesem Sinne, los geht's. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Hotelgelände. Offenes Fenster hatten wir schon von der Straße gesehen und von dort aus werden wir mal rein gehen. Das sah bestimmt mal richtig schön aus hier, ein kleiner Teich noch, die sind bestimmt im Sommer draußen gefrühstückt. Da ist ein offenes Fenster. Ja, also klingeln brauchst du jetzt nicht, Christoph. Achso, ich wünsche, das läuft ja wie geschmiert. Das Kodi ist echt. Ich brauch die ja. Ich bin da raus. Ich hab mir jetzt ausgestoppt richtig hier. Auch bei der Augenhöhe. Du musst dann aufpassen, wenn das nicht echt sein soll. Das ist schon echt. Ja, da könntest du ja recht haben, Christoph. Ja, hast du schon die ganzen Weihnachtstassen gesehen? Nee. Das ganze Objekt steht auch schon einige Jahre leer. Aber dazu werden wir später noch was erzählen. Wir gucken jetzt einfach erstmal weiter. So, hier haben wir jetzt auch einmal die Speisekarte entdeckt. Wie man hier auch gut erkennen kann, viele Gerichte hier aus dem Meer liegen garantiert auch daran, dass wir uns hier auch am Wasser befinden. Aber allerdings sind hier auch nicht mehr alle Seiten vorhanden. Trotzdem noch recht interessant zu sehen. Schau her. Was? Das ist rausgerissen. Hier ist schon entkehrend? Mhm. Das ist voll schön. Ach, genau. Schau her. Also jetzt mal ganz ehrlich. Einladend, glaube ich, ist das nicht, wenn man hier sitzt und direkt daneben die Straße hat, den Lärm hört. Ja. Genauso wie man uns jetzt auch gerade sieht. Vielleicht sollten wir hier wieder rausgehen. Aber das ist wirklich nur dieser eine Raum, der hier entkennt ist, ne? Die anderen sind sogar noch relativ interessant. Ja, aber noch ein paar Reste und so. Aber es ist ja, es macht ja gar keinen Spaß, ne? Man ist ja ständig, sieht man auf der Straße ausgesehen hier, ne? Also, da hätten wir gleich ein Schild draußen hinstellen können. Dreharbeiten. Ja, Mensch, das ist immer ein Style. Hier liegen auch noch ein paar alte Zeitschriften, ein paar alte Bücher, etc. Mal gucken. Ja, war das jetzt nicht so. Ne, war ein bisschen Lesestoff für die Gäste. Das, glaube ich, wird hier so ein bisschen Verwalter gewesen sein. Und da hinten, wo Erik steht, da geht's raus auf den Hinterhof. Habt ihr irgendwas Spannendes gefunden? Ja, Eva, erfolgreich. Ja. Wir haben ja noch verschiedene Sachen, auch so von den Lieferanten. Hier zum Beispiel hier von Röwe. Oh, der ganze Papierklapp ist denn hier? Ja. Dann kannst du hier Sachen bestellen, einfach hier von Müller und Scheller und was es wirklich alles gibt. Vom Gartenbedarf. Das ist hier alles an dem Aktenordner drin. Genau, wie auch jetzt hier noch ein Katalog ist, wo man Dekorationen bestellt hat. Glockenfügel, auch ein paar Lampen, was wir hier noch so haben. Ja, halt maritime Dekoration, was sich hier aus dem Hotel dann gefasst hat. Das ist cool. Schade, dass man jetzt hier nicht sieht, was der ganze Spaß kostet. Das kostet ja, ne? Sonst will ich das mal hier für ein Hotel. Das sieht man leider nicht. Gucken wir mal. Ganz hinten, oder? Ich sehe manchmal auch, dass da so ein bisschen stillen, was die ist, aber... Ne, gar nicht. Leider nicht. Bumm. Hast du nicht eben gerade irgendwas von Skischuhen erzählt, oder liegen auch Skier? Ja, das könnte passen sein. Oder? Doch. Das sind doch Skier. Das sind doch Skier, na klar, das sehe ich doch. Ja, ich mag die Schuhe passen, das kann ich nicht garantieren, aber... Da bin ich ja ehrlich gesagt erstaunt, dass sie die noch nicht entwendet haben. Ja, in der Norm ist ja geschehen, ne? Wir werden jetzt noch mal einen kleinen Abstecher in den Keller machen. Erik und Christoph sind schon unten. Ja, auch hier jetzt nichts außergewöhnliches. Oh, das war bestimmt hier so ein kleiner Lagerraum. Die Fusel. Ja, siehst du schon, was war eigentlich da heute? Na, was habt ihr Spannendes gefunden? Ah, der Bilderrahmen aber. Dass man hier so einen Radau hört. Ja, verkeult ist der Bilderrahmen, aber... Ob der Ecke ist... Fehl ist auch. Vielleicht ist das keine Ahnung, das wird's keine Experten kraft. Also das Bild ist mal weg. Ja. Ich weiß noch ein paar andere Sachen. Vibration, Weihnachten, alte Koffer. Schimmel. Hier ist dann unser ganzes Alkohol. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Oh, hier sieht es auch gar nicht mehr so gut aus. Ja, das ist auch schon ziemlich durch. Schade. Das ist interessant aus. Ganz spezielle Runde. Dieses Objekt wurde 2011 beschlossen. Dann hat er immer so ein bisschen mit roten Zahlen zu kämpfen. Ähm... Ja. Sogar rach der Restauranttester war hier einmal. Hat sich das angeschaut. Das ist eine ganz witzige Sache eigentlich. Und danach wurde auch automatisch der Umsatz wieder ein bisschen besser. Man hatte schwarze Zahlen geschrieben. Bis dann der Umbau anstand. Und der wäre so teuer gewesen, dass man einfach gesagt hat, man stellt hier diesen Hotelbetrieb ein. Ja, und seitdem verkommt dieses Objekt eigentlich. Ja, diesen Gebäudekomplexe werden wir jetzt verlassen. Und wir wollen jetzt doch richtig eigentlichen Zimmer. Ja. Zwei Rüge. Ja. Dieser Teil des Gebäudes war für die Gäste bestimmt. Hier sind also die ganzen Gästezimmer. Ja, gucken wir uns mal an, wie das hier so aussieht. Oh, das zimmert hier noch ganz, ganz schnieke aus. Mensch, das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Da stell ich eine Shisha, eine große Shisha. Guck mal hier. Hier wohnt doch wohl noch einer, oder was? Das sieht komisch aus, ne? Das finde ich ja cool. So eine Shisha ist nicht billig. Hier sind Kontostüge sogar. Ja, und welches Datum? 2.13. 2.11. Okay. Also, so wie das hier aussieht, hier kannst du ja wirklich noch wohnen. Du, vielleicht wohnt hier auch noch echt einer. Weil die anderen Zimmer sahen ja nicht mal ansatzweise so aus. Das ist ja gut anders als ich benutze, glaub mir mal. Das war... Das sah nicht irgendwie aus. Ich weiß es nicht. Du, da hängt eine Gabel. Hast du dich schon gesehen? Mhm. Zumal vom Paxan Hotel sind mehr Sachen rein zum Schleim und Essen machen. Das ist schon verdächtig. Alleine Kühlschränke und so. Ja, vielleicht war das hier so ein Zimmer für zusätzlichen Service, ja. Denk mal auch. Mit Shisha? Nein. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Tour angekommen. Ja, das Hotel war jetzt kein Mega-Knaller gewesen. Ich fand es trotzdem relativ spannend, relativ interessant. Also, ein Reinfall war es jetzt nicht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, haut rein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. verabschreibmann oma ать 5-5 Tarleton 5-6 Taxus